Last Christmas I gave you my heart but the very next day you give it away this year to save me from tears I give it to someone special. Hallöchen liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meiner Bücherwoche passend zum ersten Advent denn der ist heute für alle die die es noch nicht mitbekommen haben und ich komme tatsächlich auch heute erst am ersten Advent dazu ja die Bücherwoche zu drehen denn ich war gestern komplett beschäftigt mit putzen und dekorieren und dekorieren und dekorieren ja ich habe nichts anderes gemacht und ja so ist es manchmal ja ich neige da sehr zum amerikanischen würde ich es immer gerne nennen mehr ist mehr und ich glaube ihr seht es leider nicht ganz dass da eine wunderbare Lichterkette leuchtet ein bisschen Deko glaube ich könnt ihr erkennen aber die ganze Wohnung ist wunderbar dekoriert jedes Fenster bis auf das im Bad und in der Toilette leuchtet ja was ich einfach sehr sehr schön finde auch außen ist alles wunderbar dekoriert und wir haben Rentiere auf der Terrasse und einem aufgeblasenen Nikolaus im Garten und ein Nikolaus der mein Badfenster herabhängt das ist schon ein bisschen creepy gebe ich gerne zu aber ich finde das cool ich mag das unglaublich gerne auch wenn das Wetter irgendwie nicht ganz winterlich ist worüber ich sehr sehr dankbar bin es war diese Woche tatsächlich sehr sehr neblig bei uns so typisch November und ich finde neblig passt auch zu meiner Bücherwoche die gefühlt auch irgendwie sehr neblig war ja ich glaube das kann man gut in Zusammenhang bringen ja heute haben wir so um die 6 Grad es ist so bewölkt es kommt immer mal die Sonne raus und ich glaube es ja ich habe jetzt auch einfach mal keine Softboxen aufgebaut weil ich denke dass es hell genug ist für für fürs Tageslicht und man da einfach ja das passt schon denke ich heute mal ne so für den Sonntag für den Bücherwoche sollte das ganz gut gehen und ich persönlich freue mich sehr auf die Winterweihnachtszeit eher auf die Weihnachtszeit auf die Winterzeit weil ich mag das wenn die Leute irgendwie alles und strahlen im Gesicht haben ja so auf Ende der Weihnachtszeit sind dann alle eher gestresst und genervt da sind aber meiner Meinung nach immer die Leute selbst schuld weil man weiß ja lang genug dass Weihnachten ist also kein Stress fangt lieber früher an mit den Weihnachtskarten verschicken und Geschenken und schönen Gedanken oder ja wir gehen dieses Jahr im Freundeskreis auch einfach mal essen und schenken uns Zeit was ich persönlich auch sehr wertvoll und schön finde ich hatte das schon mal in einem anderen Video gesagt wo es um ein tolles Geschenk geht und ja freue mich da auf jeden Fall immer sehr sehr drüber wenn wir dazu zusammen kommen ja aber jetzt zur nebligen Bücherwoche es sind insgesamt drei Drittel Bücher geworden ich habe ein Buch abgebrochen und es ist direkt das erste Buch der Woche und zwar Du wirst mich lieben von Caroline Capniss unser Leseclub Buch aus dem November habe ich nach einem Drittel abgebrochen ich glaube der Leseclub liest aktuell noch dran ich habe gestern und heute noch nicht groß reingeguckt aber ich glaube da sind noch so ein paar Tage dran das zweite Buch was ich beendet habe ja hängt mit unserer New Adult Challenge zusammen von Susan und Phil ich packe natürlich alle Kanäle alles Wissenswerte unten in die Infobox und zwar ist das Wait For You von Chae Lin geworden und ja wie ihr seh ich habe es nicht abgebrochen habe aber meine ganz eigenen Gedanken dazu aber dazu mehr beziehungsweise heute auch nur kurz angerissen weil es dazu ja ein Special Hangout geben wird voraussichtlich nächsten Donnerstag und ja da wird dann natürlich richtig darüber ausführlich gesprochen dann ein Buch auf das ich mich sehr gefreut habe und zwar Talon Drachennacht von Chuli Kagawa das ist der dritte Teil der Reihe ich habe mich sehr darüber gefreut dass er erschienen ist und auch dass er direkt bei mir eingeflogen ist und ich habe ja lange Zeit geglaubt dass der dritte Teil der Abschluss ist dass es nur eine Trilogie wird es wird aber wohl eine fünfteilige Reihe ich habe es jetzt noch nicht irgendwie mitbekommen dass es den vierten im englischen schon gibt da werde ich auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten und dann ja ein bisschen ableiten zu können wann der vierte Teil kommt optisch ist diese Reihe auf jeden Fall ein Hingucker also auch wenn man kein Coverkäufer ist wie ich finde ich die Cover wirklich wunderschön und das kann man ja auch einfach mal sagen ja dann habe ich gelesen eher so in einem Atemzug nie mehr zurück von Vivian van der Welde und zwar ist das so eine Jugend Thriller Zeitreis Roman würde ich jetzt betiteln und so ist es auch bei mir nach dem Klappentext angekommen und ja Zeitreise geht immer Thriller geht immer und Jugendbuch geht nur begrenzt aber ja dazu dann natürlich mehr das soweit zu den Büchern ich war diese Woche auch im Kino ihr habt vielleicht mein Video am Freitag schon dazu gesehen zu den fantastischen Tierwesen wir haben auch ein bisschen Harry Potter geguckt dazu werde ich was erzählen es gibt eine Ankündigung für den Dienstag für meinen Autoren Hangout wer da zu Gast sein wird wer es vielleicht noch nicht auf Facebook und Instagram gesehen hat und es gibt eine tolle Adventskalender Aktion von der lieben Alicia von All About Alice und dazu werde ich auch ein bisschen was erzählen und dann auch ein Buch dass ich heute mich dass das mich heute in Weihnachtsstimmung bringen darf und was es aktuell zu einem Schnäppchenpreis auf Amazon gibt ja aber ich denke wir fangen einfach mal mit dem ersten Buch an und zwar You, Du wirst mich lieben von Caroline Katniss steht so als Untertitel die Joe Goldberg Reihe ich glaube es gibt noch einen zweiten Band wenn ich mich da richtig informiert habe und das ist erschienen letztes Jahr im Mai im Ink Verlag kostet 15 Euro und als E-Book 10 Euro und da das gebrauchte Buch tatsächlich auch so bei 7-8 Euro lag habe ich mich eben dazu entschlossen das E-Book zu lesen weil ich schon irgendwie ahnte dass es nicht mein Buch sein wird auch wenn ich objektiv rangehen wollte und das auch bin dachte ich so als E-Book da nimmt es wenigstens keinen Platz weg ja und der Leseclub hat sich eben im November für dieses Buch entschieden der Leseclub liest ja Bücher sozusagen von unserem Sub uns sind Alicia Phil und ich wir haben hier diesen Leseclub eben aus genau diesem Grund gegründet das Grund gegründet hat das Sinn gemacht ich glaube tatsächlich ja dass wir eben Sub Bücher lesen und jeder von uns eben ein Sub Buch vorschlägt mal zu einem Thema mal einfach ganz frei auf was er eben Lust hat und dann darf der Leseclub im Grunde abstimmen und für den November wurde es dann You es hat insgesamt 512 Seiten ich habe es noch circa einem Drittel und 170 Seiten abgebrochen es ist so ein bisschen ein Stalker Thriller war es zumindest anfänglich ich weiß natürlich da nicht wie es weitergegangen ist ich halte mich im Leseclub natürlich so ein bisschen auf den laufenden aber ich wollte es einfach nicht weiterlesen also wir lesen das Buch oder besser gesagt wir lesen die Gedanken von Joe Goldberg ein junger Mann der in der Buchhandlung arbeitet und ja auf Beck trifft ein junges Mädchen die irgendein Buch kauft das mit der Kreditkarte bezahlt und Joe vom ersten Augenblick an im Grunde ja irgendwas in ihr sieht und dann fanatisch im Grunde hinter ihr her sucht über Facebook über Twitter über ja im Grunde erfährt er sogar wo sie wohnt und läuft da durch die Wohngegen und beobachtet sie und dank Facebook und dass sie es eben so naiv eben auch einfach vielleicht benutzt weiß er genau wann sie irgendwo einen Cocktail trinkt und taucht dann auf und sie sieht er sieht auch in der Wohnung was es so zu sehen gibt und er beobachtet sie eben aufs Äußerste und dreht irgendwann die Dinge so in seinem Kopf dass sie eben Dinge über ihn zum Beispiel nicht sagt weil er ihr so wichtig ist und wir erfahren eben alles aus der Sicht von Joe wie er denkt wie er fühlt wie er sich die Welt eigentlich zurecht biegt und man manchmal erschreckenderweise denkt ja so kann man es natürlich auch sehen also ich finde dass Caroline Capniss tatsächlich schon gelungen ist zumindest auf dem Drittel was ich gelesen habe dass man die Gedanken von ihm tatsächlich verstehen kann und irgendwann denkt das ist ja echt creepy also so ging es zumindest mir und er hält halt seine Dinge einfach für normal und das tut man tatsächlich wenn man seinen Gedanken irgendwie folgt und ich muss aber sagen mir war das nach ich glaube es war der dritte Lesetag ich wollte seinen Gedanken nicht mehr folgen mir ist Joe total auf den Keks gegangen ich fand diese ja diese ganze Stalker Story einfach nur nervig eklig widerlich und ja es war manchen ja noch nicht eklig genug und Geschmäcker sind einfach verschieden von daher ist das auch in Ordnung aber mich hat das einfach wirklich genervt ich wollte nicht wissen was er denkt wie er denkt was er über sie denkt es hat mich einfach nicht interessiert und ich komme ja aus einer Bücherwoche die wirklich grandios war mit drei zehn Sternen plus Büchern wenn man so möchte und ich habe dieses Buch gelesen und dachte mir warum warum soll ich es lesen warum sollten mich seine Gedanken interessieren und was bildet sich dieser Typ eigentlich ein und dazu war dann auch Beck nicht gerade ein Charakter den man irgendwie sympathisch findet sondern eher wirklich naiv so ein bisschen dümmlich und ich mich gefragt habe auf wessen Seite bin ich denn jetzt eigentlich und ich finde es einfach also ich mag es bei Thrillern eigentlich grundsätzlich wenn der Bösewicht schon irgendwie Sinn zeigt dass das es durchaus manchmal Sinn macht dass einer ausflippt und ein Serienkiller wird ich möchte das jetzt mal so in den Raum stellen und ja das kommt von mir ich mag das zum Beispiel immer auch bei Sebastian Fitzek dass das dahinter hinter diesen Täter eben eine gewisse Logik steckt das widerspricht sich ja ist mir schon bewusst aber ich finde das eigentlich immer gut dass es nicht einfach nur einer ist der halt durchdreht um Wumms sind alle Leute tot wie man es ja im wahren Leben tatsächlich wahrscheinlich viel viel öfter hat allein wenn man an die Selbstmordattentäter denkt auf der Welt da fragt man sich auch okay ja für die ist das natürlich auch ein Grund aber ihr versteht mich und ich finde das eigentlich immer ganz gut wenn man eben versucht den Täter nicht einfach nur als Monster hinzustellen sondern tatsächlich irgendwelche Beweggründe die man vielleicht nachvollziehen kann und deswegen finde ich die Idee von Caroline Capniss und wie sie Joe rüberbringt tatsächlich gar nicht so schlecht aber mich hat es einfach nicht interessiert mich hat es nicht gepackt mich hat es angewidert und ich hatte einfach keine Lust es weiter zu lesen und ich möchte ihn einfach nicht verstehen ich finde seine Gedanken einfach so falsch und so ja einfach nur zum Kopf schütteln und ich habe dann wirklich nach dem Drittel gesagt Leute es ist nicht mein Buch und ich habe dann eben einfach aufgehört also ich habe noch mit Phil und Alicia so in Detail ein bisschen drüber gesprochen auch meine Beweggründe und ich glaube tatsächlich dass dieses Buch eben polarisiert und es manche eben bombastisch gut gefällt manche vielleicht sogar ja eigentlich mehr bekommen als sie erwartet haben und ich ja schon vorher eigentlich dachte ach ist das deine Art Thriller und nein es ist nicht meine Art Thriller und dementsprechend habe ich es nach 170 Seiten abgebrochen ich finde auch so ein Drittel ist eine gute Grenze um zu sagen es packt mich oder es packt mich nicht natürlich weiß ich jetzt selbst nicht wie mir vielleicht der Rest gefallen hätte aber ich gucke natürlich im Leseclub weiter was die Leute so zu den einzelnen Leseabschnitte sagen und ich glaube auch dass mir der Rest einfach nicht gefallen hätte und deswegen ist es gut dass ich das abgebrochen habe und ich habe damit auch kein Problem Bücher abzubringen das ist ja schon der zweite Thriller in diesem Monat den ich abbreche also es war kein erfolgreicher Thriller Monat erst Cody McFadden und jetzt You aber es ist eben manchmal einfach so und ja es ist einfach so und ich rechtfertige mich da auch nicht und ich fand es eben einfach nicht gut und ich fand es manchmal ich fand diese Gedanken auch manchmal echt so widerlich und abartig dass ich dachte nee ich... nein 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 ja dann ein eher weniger widerliches Buch ist dann Wait For You von J. Lynn und hinter J. Lynn steckt ja Jennifer L. Armintrout von der ich ja im August den Jugendthriller Dreh dich nicht um gelesen habe der mir ja wirklich sehr sehr gut gefallen hat der mich sehr gepackt und begeistert hat und ich habe ja ich glaube es war 2015 wenn es nicht gar 2014 war schon mal ein New Adult Buch gelesen wo ich aber diesen Begriff noch gar nicht mit dem Buch in Verbindung brachte diese Bad Romeo Broken Julia 3 dieses goldene Buch ich kann es mir einfach nicht merken es tut mir echt leid ich lese es dann immer wieder nach nach meinen Videos aber mir fällt es jetzt akut einfach nicht ein ist mir auch egal es war nämlich nicht gut und ich hatte da eben so manche Stellen wo ich dachte okay so funktioniert also das Leben in der Fantasie und dann sind ja diese New Adult Bücher aus dem Boden geschossen und ich habe nie begriffen warum die so gehypt werden warum die so viele Leute so gut finden und ich gucke den Leuten die sie vorstellen unglaublich gerne zu und ich höre sie gerne schwärmen und ich kann aber nicht greifen wo der Grund ist des Schwärmens und Phil ging es ja ähnlich er hat da auch mal ein Video dazu gemacht und was ich sehr cool fand wo er natürlich ein bisschen mit Klischee spielt und aber das für meine Art sehr sehr gut gemacht hat und wir dann eben beschlossen haben hey dieses Jahr wir machen mal so eine New Adult Challenge und lesen einfach mal ein New Adult Buch zusammen um uns dann einfach auszutauschen um durch mehrere Augen einfach zu sehen wie finden wir vielleicht das Buch und so kam es dass auch Susan von Wildschradlies dann ganz spontan dabei war die das Buch wohl schon mal gelesen hat und dann abgebrochen hat und ja in der Kingsianer Hangout wo mit Paddy und Thorsten haben Phil und ich dann eben unsere Gedanken dazu auch so ein bisschen geteilt und es kam dann eben die Empfehlung unter anderem eben von Paddy eben zu Wait For You von Jay Lin und auch so ihre Gründe weswegen fand ich sehr einleuchtend und so wurde das Buch besorgt Wait For You ist der erste Teil einer siebenteiligen Reihe wenn ich das richtig gesehen habe und ist im Mai 2014 im Pipa Verlag erschienen Taschenbuch kostet 10, das E-Book 9 und hat 448 Seiten und ja was soll ich sagen ja zur Story wir begleiten die 19 jährige Avery in ihrer College Anfangszeit und sie ist sehr sehr weit von zu Hause weg und dafür gibt es wohl auch Gründe und sie rennt in ihrer zu ihrer ersten Unterrichtsstunde direkt Mr. Blue Eye sozusagen der jetzt im Deutschen tatsächlich Mr. Blaue Auge heißt um und ja es ist so ein möchte gern arroganter hübscher Schnösel würde ich ihn nennen und zwar Cameron und der sich selbst glaube ich schon direkt für den Gott des Colleges hält und alle Mädels fliegen auf ihn nur Avery scheint irgendwie etwas anderes in ihm zu sehen und nicht das was er gerne hätte wir erleben diese Geschichte aber aus der Sicht von Avery dementsprechend wissen wir natürlich die Gedanken von Cam nicht ich kann sie jetzt nur erraten das ist glaube ich der dritte oder vierte Band zeigt uns dann die Gedanken von Cameron aber dazu weit wird es gar nicht kommen ja und wir erleben eben Avery wie sie sich in diese College Zeit einlebt wie sie das Alleinleben so erlebt wie sie da Freunde findet wie sie irgendwie den Flirtversuchen von Cameron ausweicht wir erfahren irgendwie dass da ein dunkles Geheimnis in ihr schlummert und weswegen sie auch ständig Nein sagt zu Cameron das erfahren wir komischerweise lange Zeit nicht und ja das so zur groben Handlung ja das ist glaube ich die grobe Handlung jetzt glaube ich wird es tatsächlich wieder ein bisschen dunkler ich hoffe es geht noch vom Licht ja wir erfahren halt so ein bisschen ihre Sicht der Dinge und erleben halt dann auch wie sie so an sich selbst die ersten Versuche startet und ja ja was hat so eine 19 jährige jungfräuliche Mädchen Frau also für mich ist ein 19 jähriges Mädchen tatsächlich schon eine Frau wie sie so ihre ersten Erfahrungen macht und schon allein das bringt mich beim Gedanken daran schon wieder zum Kopfschütteln und ja ich sehe gerade meine Kamera sagt nicht mehr viel Zeit da kann ich jetzt nochmal kurz die richtigen Worte finden und dann machen wir gleich weiter ja das Kopfschütteln hörte in dieser Geschichte tatsächlich nicht auf auch wenn es nach einer vielleicht spannenden Handlung klingt ja klingt es für mich einfach nicht echt und es gibt viele Passagen in diesem Buch die ich einfach unrealistisch fand und jetzt könnt ihr mich auch alle gerne steinigen ich lese unglaublich gerne High Fantasy und da ist das wenigste tatsächlich realistisch aber ich kann es mir tatsächlich einfach bildhafter vorstellen dass da die Lichterkette herunterfällt nein dass Elben durch einen Wald gehen oder zwei Hobbits einen Ring in den Schicksalsberg bringen müssen als dass ich hier eine 19 jährige Jungfrau habe die sich so benimmt wie sie sich benimmt und diese Spielchen die da gespielt werden und diese ständige hin und her und diese ersten Erfahrungen die sowas von weit Realität sind dass ich echt dachte oh Gott geht das im ganzen Buch so weiter ja Phil hat manchmal dann schon auf die Sexszene gewartet sich gefragt wann wird es denn endlich spannend Susan hat wie ich wunderbare Zitate gefunden die uns einfach eigentlich dann nur zum Lachen gebracht haben und ja ich habe das Buch beendet es war also nicht so katastrophal wie zum Beispiel You dass ich es abbrechen musste ja aber mehr war es tatsächlich nicht also es war eine Erfahrung ich glaube dass mir einfach der New Adult Schalter fehlt vielleicht bin ich auch tatsächlich einfach merkwürdig dass ich das irgendwie nicht gut finde ich kann auch nach wie vor nicht verstehen was Leute daran gut finden klar es ist vielleicht seichte Unterhaltung man kann vielleicht sich einfach da fallen lassen und da keine Ahnung sich entspannen dabei das kann ich bei anderen Büchern auch und ja es hat zu mir eine liebe Kollegin mit der ich drüber sprach und ich darf es zitieren ich habe sie gefragt gesagt weil die auch immer mal New Adult liest und habe so gesagt sag mal was findest du denn daran habe ihr von dieser Challenge erzählt und dann hat sie mir so gesagt ja was hast du denn gelesen haben wir darüber gesprochen und da hat sie gesagt ja im Grunde ist New Adult so ein bisschen wie Fernsehen und dann habe ich sie so angeguckt ja Steffi du hast doch mal gesagt dass du kaum Fern siehst und dich eben abends dafür entscheidest ein Buch zu lesen wo andere gegebenenfalls eben einfach Fernsehen und sich beriesen lassen und sie hat das eben ganz schön mit New Adult verglichen und ich musste dann so lachen und habe gesagt okay gut dann ist New Adult wie Fernsehen ja also das ist nichts aus meinem Mund das habe ich dufte ich meiner Kollegin klauen und fand das eigentlich sehr lustig und ja ich möchte auch gar nicht so viel zu den einzelnen Leseabschnitten vielleicht sagen Passagen oder jetzt auch irgendwas zitieren denn wir werden zu dritt ein Hangout machen geplant ist der für Donnerstag insofern Susan bis dahin wieder gut geht die ist so ein bisschen erkältungstechnisch unterwegs alles gute Besserung schnelle Besserung an dich meine Süße und ich hoffe dass du bald fit bist und wir am Donnerstag unseren Hangout machen können und ich glaube also wer da eine Lobeshymne auf New Adult erwartet wird da nicht richtig sein das kann ich vielleicht schon mal beraten aber ja seid einfach dabei hört unsere Gedanken und hört vielleicht auch einfach das was uns eben nicht gefallen hat was bei uns eben zum Augenrollen geführt hat ich habe mir ein paar Notizen gemacht und viele meiner Notizsätze enden mit dem Kommentar Augenrollen also von daher ja ich kann ja ich bin ja nur ehrlich und ich finde man kann nicht nur Lobeshymnen auf Bücher loslassen und die schlechten und nicht so guten unter den Tisch kehren lassen ich finde wenn man Bücher liest und sie wirklich liest dass man dann eben auch einfach mal das Negative erzählen kann und nicht für jeden ist eben New Adult was wie auch nicht jeder was mit High Fantasy anfangen kann oder mancher einfach keine Science Fiction mag oder Thriller mag es hat halt jeder einfach sein Genre und das ist auch absolut berechtigt und jedes Genre hat seine Daseinsberechtigung und von daher ja ich weiß nun es ist nichts für mich und deswegen wird es auch kein Glaube man soll ja niemals nie sagen aber ich vermute mal dass es keinen weiteren Versuch in diese Richtung gibt ja ja außer Sebastian Fitzek schreibt vielleicht mal New Adult dann wäre ich auf jeden Fall dem Thema nochmal offen gegenüber stehen ja aber jetzt kommen wir dann zu einer ganz anderen Art Buch ja und zwar der dritte Teil von Talon Drachennacht von Chuli Kagawa ist am 31.10. diesen Jahres erschienen im Heine Flieg Verlag wurde mir auch von diesen zur Verfügung gestellt kostet gebunden 17 Euro und als E-Book 14 hat 480 Seiten und sieht ich muss jetzt einfach nochmal sagen wirklich wunderschön aus es ist ein Lesezeichen dabei wo man auch nochmal alle drei Covers sieht von grün über pink über blau ich finde wirklich ein wunderschönes Cover auch wenn wie gesagt ich kein Coverkäufer bin es ist natürlich unglaublich schwierig jetzt zu einem dritten Band etwas zu erzählen ich dachte huch ich dachte ja lang dass es wirklich nur eine Trilogie wird aber ich glaube Chuli Kagawa neigt dazu dass es immer mehr Bände für eine Reihe werden soweit ich das jetzt verfolgt habe und so soll Talon wohl eine fünfteilige Reihe werden was ich durch die schnellen ja Abschnitte zwischendrin also diese Abstände des Erscheinens gar nicht schlecht finde weil ich glaube der erste Teil ist ja tatsächlich vor einem Jahr erschienen oder sogar ist im Januar der zweite Teil so mittendrin oder der zweite Teil im Januar jetzt da drin ich weiß nicht mehr auf jeden Fall in Abständen die kein Jahr gedauert haben ich weiß es tatsächlich nicht mehr es ist entsetzlich man wird echt alt ja und ich habe mich sehr gefreut auf die Talon Fortführung denn wir sind hier in einer Welt eigentlich in unserer Welt und es gibt eben Drachen und es gibt eben eine Gemeinschaft das ist eben Talon das ist die Drachengemeinschaft die ihre Drachen eben unter Kontrolle hält wo eben ja im Grunde auch junge Drachen dazu ausgebildet werden wie sie die Gemeinschaft unterstützen können und da lernen wir eben Amber kennen ein junges Mädchen ich weiß gar nicht wie jung sie damals im ersten Teil war auf jeden Fall ist sie zusammen mit ihrem Bruder Dante ich glaube in Kalifornien gewesen im ersten Teil und sie haben so ein bisschen das Menschenleben kennengelernt denn das gehört zu ihrer Ausbildung dazu und dort ist sie auf Riley getroffen ja ich nein nicht Riley auf Garrett ja auf Garrett getroffen ja und sie hat sich so ein bisschen in ihn verliebt und auch er scheint sich in sie verliebt zu haben doch wir haben dann schnell erfahren im ersten Teil dass ich habe es nicht mit Namen dass Garrett dass Garrett zum Sankt Georgs Ritterschaft gehört und die jagen eben Drachen bis zum Tode denn ja die sehen ihre Aufgabe eben darin wie Sankt Georg die Drachen aussterben zu lassen und er war im Grunde auf der Suche nach Amber und Dante Katze und ja wir treffen im ersten Teil bereits auf Riley und das ist auch ein etwas älterer Drache der sich im Grunde vor Talon versteckt der auch Nestlinge, also junge Drachen aus Talon befreit und ja im Grunde auch Amber ein bisschen die Augen über diese Gemeinschaft öffnet und ja so alle ein bisschen an ihrer eigenen Welt zweifeln und ja ihre eigenen Wege gehen und wir sind hier beim dritten Teil und es ist natürlich schwierig jetzt was zum dritten Teil zu erzählen ohne Teil 1 und 2 zu spoilern deswegen gar nichts groß zur Handlung außer dass sie eben direkt im Grunde anschließt mehr oder weniger an Band 2 man ist direkt wieder in der Geschichte drin die fehlende Zeit wird wunderbar mit ein paar Sätzen im Grunde erklärt was in der Zwischenzeit passiert ist wie sich darüber unterhalten wird wir erfahren die Geschichte aus vielerlei Sichten wir sind zum einen Amber wir sind zum anderen auch Riley und Garrett wir haben hier aber auch die Sicht von Dante dem Bruder von Amber der auf einer ganz anderen Ecke sitzt und wartet und ja wir erfahren so aus allerlei Sichten im Grunde wie die Welt tickt wie die einzelnen Charaktere ticken was mir immer wieder gut gefällt ich finde Judy Kagawa schafft es wirklich dass auch jede Sicht auf die Dinge anders aussieht anders klingt man wirklich das Gefühl hat dass da eben jemand anders das geschrieben hat auch wenn es nur Kleinigkeiten sind spürt man doch ob man eben ein männlicher oder ein weiblicher Charakter ist und man spürt eben auch eher ob es so ein bisschen aggressiverer Charakter ist ob es ein ruhiger bis sonnener ist ob es ein bisschen verschlagener Charakter ist ich finde das macht Judy Kagawa wirklich unglaublich gut und das hat mir auch am dritten Teil sehr sehr gut gefallen leider muss ich wirklich sagen ist der dritte Teil der schwächste Teil der Reihe er hat mich durch so manche Länge nicht überzeugen können es ist relativ wenig passiert und wenn etwas passierte dann war es irgendwie ratzfatz abgearbeitet sage ich mal so das Gefühl hatte ich und es passiert auch zwei drei Dinge die ich persönlich für die Entwicklung nicht so gut fand wo ich es sehr schade fand dass sie passieren ja es ist ja kein Wunschkonzert aber ich verstehe den Sinn noch nicht und ich finde es immer blöd wenn etwas passiert und einem als Leser nicht klar ist warum das so ist und ich weiß jetzt auch nicht warum es sich so zuzieht und ich gleich kein Licht mehr habe aber das Leben ist kein Wunschkonzert so auch das Lesen nicht und ich fand es wirklich schade also das Buch ist okay es ist natürlich Teil einer Reihe und wenn man beim fünfteiligen Band davon ausgeht dass das der schwache Mittelteil ist könnte man das ja durchaus so sehen zweite Bände sind ja oftmals auch die schwächeren und so hatte ich eben bei dem auch so ein bisschen das Gefühl also es konnte mich nicht ganz so packen nicht ganz so begeistern ich war dennoch relativ schnell mit den 480 Seiten diese Woche durch also es hat schon ein gewisses Packen des sozusagen aber es hat mich nicht so mitgerissen wie Band 1 und wie Band 2 und ich muss auch sagen das Ende lässt doch ganz ganz viel offen was ich persönlich ja nicht ganz so mag wenn der Cliffhanger zu extrem ist und man sitzt wirklich am Ende da und denkt sich nee jetzt ist es doch nicht ehrlich vorbei und ja es ist tatsächlich dann tatsächlich vorbei ja ich bin sehr gespannt auf den vierten ich freue mich auch auf den vierten mich hat der dritte jetzt nicht so abgeschreckt dass ich sage ich will den vierten nicht mehr lesen gar nicht ich freue mich sehr auf den vierten und bin auch farblich sehr gespannt was uns nach Grün, Pink und Blau erwartet ich fände ja mal so einen weißen Drachen cool oder so tatsächlich vielleicht so ein dunkellila ja Windchen ne darf man ja äußern dementsprechend finde ich die Cover ich muss es einfach nochmal sagen sehr sehr schön der Inhalt vom dritten war tatsächlich ein bisschen schwächer aber okay und ich glaube wenn man einfach die Reihe mag dann wird man sich auf den vierten Band dann auf jeden Fall auch freuen ja freuen und ich glaube ich brauche jetzt einfach ein bisschen Licht und wir machen nochmal einen kurzen Cut und bis gleich so mit Licht geht natürlich alles besser ja ich glaube das ist definitiv besser und so kommen wir zum vierten Buch der Woche was ich so in einem schwupps mehr oder weniger gelesen habe und zwar nie mehr zurück von Vivian van de Velde das ist am 2. November diesen Jahres erschienen im iwi Verlag wurde mir auch von diesen zur Verfügung gestellt kostet broschiert 13 Euro als E-Book 10 Euro hat 208 Seiten und war so ein bisschen tätowiert als Jugendbuch Thriller Science Fiction mit einem Hauch Zeitreise klingt schräg war es auch nein gar nicht ja mich hat das Buch tatsächlich angesprochen durch diesen Zeitreise Thriller Aspekt und ich habe das Jugendbuch so am Anfang ein bisschen verdrängt es wurde aber doch relativ klar dass es ein Jugendbuch ist was allein das sprachliche des Buches dann einfach mit sich gebracht hat aber fangen wir einfach mal an es geht dabei um Zoe und ja Zoe kann die Zeit zurückspulen allerdings immer nur die letzten 23 Minuten als Beispiel es passiert etwas um 23 Uhr nein um 13 Uhr 20 und sie findet das nicht gut was da um 20 passiert und sie beginnt eben um 23 Uhr um 23 nach 13 Uhr zu sagen zurückspulen dann geht sie auf 13 Uhr zurück und dann kann sie diese 23 Minuten bis zu 10 mal ändern und zurück auf dieses 13 Uhr und erst wenn dann zum Beispiel 13 Uhr 24 wäre kann sie nicht mehr zurück kann auch nicht auf 13 Uhr 1 sondern muss wieder 23 Minuten warten bis sie dann zu 24 springen könnte also ich hoffe das ist logisch ich fand es relativ logisch und auch eine sehr coole Zeitreise Idee aber ja ja Zoe weiß das relativ lange sie konnte das schon als Jugendliche sie ist hier glaube ich jetzt 16, 17 und ja ist auf jeden Fall wir treffen sie mitten als es zu regnen beginnt und sie mit ihren Unterlagen in eine Bank flüchtet eigentlich vor dem Regen und dann aber bei einem Banküberfall dabei ist und ja da im Grunde Dinge passieren die ihr zwangsläufig nicht gefallen und sie eben ja sich die Zeit zurückspulen lässt und dann eben mehr oder weniger versucht den Banküberfall zu verhindern das auf unterschiedlichste Weise und wir sind eben immer wieder beim Versuch dabei diese 23 Minuten zu verändern und ich finde es sehr toll wie Zoe die Gedankengänge uns rüber bringt warum sie gerade dann wieder eine Wendung nicht gut fand warum gerade die Änderung ihr dann doch nicht gefallen hat und das hatte so ein bisschen eine Mischung aus Lola Rent ich weiß nicht ob ihr den Film mit Franka Potente und Moritz Bleibtreu kennt wo wir auch drei alternative Versionen sozusagen sehen der der gleichen Zeit der gleichen Dinge die passieren und mich hat es auch ein bisschen an den Butterfly an den typischen Schmetterlingseffekt Butterfly Effekt erinnert dass eben immer wenn ich irgendwas tue irgendwas verändere es doch vielleicht eine andere Auswirkung hat als die die ich erwarte und Zoe ist eben eine klassische Jugendliche die eine sehr freche jugendliche Sprache hat mir persönlich ist das manchmal schon eine Spur zu jugendlich wenn dann irgendwie hier ständig Begrifflichkeiten umher gehauen würden die ich so in meinem Sprachgebrauch einfach nicht mehr verwende weil dazu bin ich eben einfach ich sag mal 15 Jahre zu alt ich fand die Idee dieser Zeitreise dieses Veränderns der Realität der Dinge wie Zoe es sieht wirklich toll rübergebracht ich fand es vom vom Gedankengang der Zeitreise sehr spannend auch wenn vielleicht alles nicht in der echten Theorie der Zeitreise insofern es eine echte Theorie der Zeitreise gibt funktionieren kann fand ich aber die Idee wirklich cool mir hat es Spaß gemacht die Gedanken von Zoe zu jedem Versuch zu erfahren und wie es an Dinge vorangeht wie drumrum stehende vielleicht reagieren agieren und ja das hat mir wirklich Spaß gebracht ich fand es nur wirklich zu jugendlich ich fand manchen Gedankengang von Zoe einfach zu jugendlich zu naiv wo man schon wusste Mädel wenn du das so angehst es kann nur schief gehen ja also es waren so meine Gedanken und ja ich glaube für Jugendliche die sich so an den ersten leichten Thriller herantrauen denn es hat definitiv Thriller Potenzial wenn auch auf wirklich jugendlicher Ebene und auch mit dem Thema Zeitreisen gerne beschäftigen glaube ich ist das wirklich ein gutes Buch ich denke aber für Menschen die schon härtere Thriller auch vielleicht Beschwörungstheorie Thriller oder in welche Richtung es auch immer geben möchte lesen und auch von Zeitreise schon viel gelesen haben und da natürlich manche Theorien sehr verworren, verwirrend und auch ja einfach herausfordernder sind gelesen haben die werden das hier ein bisschen zu klein finden, zu wenig finden und es hat ja auch nur 208 Seiten der Vorteil von diesem kurzen Buch ist natürlich dass keine Länge entsteht dass wirklich immer wieder die Dinge die passieren spannend rübergebracht werden und man nicht irgendwie hat es wiederholt sich es wiederholt sich natürlich schon was und manchmal ahnt man eben schon dass es nicht in die Richtung geht in die es Zoe vielleicht erwartet dass es geht aber ich fand es gut es war ein gutes Buch es war okay und ich glaube tatsächlich für Jugendliche die so ein Einstieg in Zeitreise Thriller suchen ist das auf jeden Fall eine gute Buchempfehlung für mich mit über 30 war es einfach zu jugendlich und auch zu einfach gestrickt also für mich hat sich der Spannungsbogen nicht ganz so aufgebaut wie es vielleicht gewünscht gewesen wäre ja dementsprechend war das eben eine Buchwoche die eher nebelig war ich finde den Vergleich jetzt so wenn ich drüber nachdenke gar nicht verkehrt im Gegensatz zur vorangegangenen Woche wo es ja wirklich drei Hammerbücher waren ja kann man eben nicht jede Woche haben das ist ganz klar und das komische ist tatsächlich dass man nach drei so Hammerbüchern immer mal so fragt warum liest du das gerade was du liest und was gibt dir das und man kommt dann schnell auch bei You zum Beispiel oder bei Wait For You warum muss ich das lesen also das ist so es ist gemein dem Buch gegenüber vielleicht aber es sind halt Gedanken die einem einfach durch den Kopf gehen und Gedanken sind ja bekanntlich frei und ja dann war ich diese Woche im Kino und das war alles andere als neblig und zwar in den fantastischen Tierwesen genau vor 15 Jahren konnten wir uns den ersten Harry Potter Film anschauen den Stein der Weisen und wir erleben nun eben irgendwie was im Potter-Universum etwas Neues etwas Erwachsenes etwas spannend mit tollen Charakteren mit tollen Zauberern mit Wahnsinnswendungen viel Action tollen Momenten in denen es auch einfach mal ruhig zugeht wir Tierwesen genießen dürfen und das uns einfach Spaß bringt also ich fand den Film grandios ich packe mein Video dazu natürlich nochmal in die Infobox mir hat es wirklich ganz ganz viel Spaß gebracht und ich habe jetzt schon gesagt ich muss den Film unbedingt nochmal sehen und ich glaube wenn meine Schwester in zwei Wochen da ist werden wir uns den Film nochmal im Kino zur Gemüte führen und ich fand ihn einfach grandios es war ein Nach-Hause-Kommen ein Wohlfühlen ein altbekanntes Eintreten und doch endlich mal wieder etwas Neues aus diesem Universum kennenlernen und das hat ganz gut gepasst denn meine Eltern und ich haben am Wochenende den Harry Potter-Reihe in DVD-Form beendet wir haben 7.1 und 7.2 angeguckt und ich war sozusagen total im Harry-Potter-Feeling und es hat mir wirklich Spaß gebracht ich fand den Film wirklich ganz ganz toll und kann ihn wirklich jedem nur empfehlen ja es gibt auch ein paar kritische Stimmen dazu ja man kann natürlich alles kritisch sehen so wie ich eben Wait For You kritisch sehe kann auch an das fantastische Tierwesen jemand kritisch sehen aber mir hat es wirklich unglaublich gut gefallen und ich hatte ja schon lange keinen Kino Spaß mehr in diesem Rahmen also ich fand es wirklich ganz 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 toll ja Harry Potter 7.1, 7.2 wurde von mir auch angeguckt und es ist ganz faszinierend ich habe sehr gemerkt welche Dinge alles fehlen dass gerade die, die die Bücher nicht kennen in dem Fall waren das meine Eltern manches nicht verstanden haben manche nicht, manches nicht verstehen konnten warum es wichtig ist und beim drüber sprechen ist mir dann doch tatsächlich viel aufgefallen was fehlt was auch der Handlung vielleicht dann fehlt und ich weiß nicht ob ihr Potterhead seid die alle Bücher kennen und dann auch die Filme mit diesem Wissen gesehen haben oder dass ihr vielleicht auch die Bücher nicht kennt und euch manchmal schon Fragen gestellt habt die euch dann ein Buchleser erklären musste das würde mich mal so ein bisschen interessieren weil als Buchleser geht man natürlich mit Hintergrundwissen ins Kino und stellt das ja gar nicht in Frage weil man weiß es ja und es waren jetzt wirklich keine blöden Fragen meine Eltern sondern man hat wirklich gemerkt es sind Fragen die einfach vorher nicht erklärt wurden oder die ja meine Eltern haben zum Beispiel auch gefragt wer denn dieser Grindelwald ist dieser junge Hexer und der dann ja auch irgendwann im Gefängnis von von Voldemort besucht wird und ich so denke was wir da alles im Buch darüber erfahren haben oder als dann auch der Bruder von jemandem auftaucht ohne zu spoilern ähm meine Eltern auch hä die saßen wirklich da und ich denke stimmt das wird überhaupt nicht erklärt das wird einfach als gegeben hingenommen und ähm das fand ich tatsächlich dann so im Nachgang ein bisschen schade und denke mir vielleicht sind die Harry Potter Verfilmungen doch gar nicht so gut wie ich immer dachte oder sie funktionieren eben tatsächlich nur für Buchleser und ähm ja nicht immer so auch für die die eben nur die Filme gucken aber ja das kann ich natürlich schlecht beurteilen weil ich die Bücher eben kenne und die Bücher eben ganz die Filme ganz anders sehe als jemand der es nicht kennt aber es hat Spaß gemacht in diese Welt wieder einzutauchen und äh ich glaube dass 2017 auf jeden Fall mal wieder ein Jahr wird wo ja diese wunderbaren Bücher dann auch gelesen werden und ähm ja ich mich da besonders drauf freue und dann äh ja habe ich diese Woche ein wunderbares Magazin gelesen das ich euch auch kurz äh zeigen möchte und zwar bin ich ja ein großer Fan der Flow und es gibt dieses Mal eine extra Ausgabe und zwar ein Bücherspezial und es nennt sich auch Flow Lesebuch und wie man sieht ist es von der Aufmachung schon viel viel dicker es ist viel mehr drin was uns Bücherfreunden sozusagen Spaß macht und auch das habe ich in der Woche äh gelesen und gerade gestern als ich kein Buch anfangen mehr wollte dachte ich blätterst du einfach weiter in diesem wunderbaren Heft es ist allerlei drin für Bücherfans wir haben Buchempfehlungen es gibt besondere Leseorte ähm wir haben äh wunderbare Papierextras drin ähm also für jeden Buchfan tatsächlich äh ja ganz ganz viel es sind Lesezeichen drin die habe ich hier gerade auch schon gesehen also wirklich super schön die sind auch wirklich stabil dicke Pappe also die da merkt man einfach äh man könnte sie vielleicht nochmal einlaminieren vielleicht mit Vorder- und Rückseite super schön äh ja das sind die alle wirklich wunderbar illustrieren die ich finde also ich finde gerade wirklich ähm ja ich mag das mit diesem Bücherstapel unglaublich gerne sehr sehr schön es sind enthalten ein Büchertagebuch die habe ich alle schon raus die Extras die behindern so ein bisschen ähm ähm na wo ist mein Esel-Tagebuch hier meine liebsten Bücher zum Beispiel so ein kleines Heftchen in die man dann eben ähm Empfehlungen hat und selbst etwas eintragen äh kann es gibt Denkanstöße wie man Bücher intensiver lesen kann das ist enthalten wir haben ein Brush Lettering ähm Projekt also dass man im Grunde am Ende so wie es hier aussieht etwas schreiben kann mit Übungen wie man den Stift hält und finde ich sehr toll ist ja auch beim Bullet Journaling immer ein Thema wenn es auch tatsächlich nicht mein Thema ist weil ja ich das irgendwie das ist noch nicht wirklich bei mir angekommen dass das äh was entspanntes und schönes sein kann dementsprechend bin ich da doch recht neugierig äh ob mich das irgendwie ansprechen kann es sind Postkarten mit drin ähm die ich auch sehr schön finde und gerade Bücherfreund die sind natürlich nicht raus letztens sind sie mir ständig rausgeknallt ähm man hat hier wunderbare ähm ja schwarz-weiß Postkarten wo ich denke dass man bestimmt einem Bücher-Fan mit dieser Art Postkarten äh Freude bereiten kann es sind Bucheinbandpapiere dabei und es wird auch erklärt wie man die die Bücher einbindet was ich sehr spannend finde und äh ja mein Highlight sind tatsächlich die Poster die enthalten sind äh hier auf der Seite sieht man alle vier Poster ähm die bei mir auf jeden Fall einen schönen Ort ähm aufgehängt werden ich finde tatsächlich schade dass es Vorder- und Rückseite ist weil ich alle vier einfach so schön finde dass ich es schade finde dass ich mich irgendwie entscheiden muss und überlege schon wie ich die am besten ähm ja vielleicht kopiere einscanne damit ich dann auch die Rückseiten verwenden kann finde ich tatsächlich schade also irgendwie hätte ich mir ja hier mit der wunderbaren Katze T-Books Cat is all you need so ist es und hier hinten haben wir nochmal das Keep Calm and Read a Book also dieses Handlettering Ergebnis und ähm ja am Ende kann ich selbst schreiben vielleicht und dann brauche ich das Poster gar nicht also es ist gespickt mit tollen Lesetipps und Ideen und Gedanken zum Lesen und ähm auch wunderbare Bibliotheken sind drin wo manche Leute lesen äh was das Lesen macht ähm ich fand es toll also mir hat es viel viel Spaß gebracht und jeder Lesefan der wird hier denke ich auch seinen Spaß haben und die nächste Flow erscheint ja jetzt am Dienstag da freue ich mich auch schon drauf und ich fand es schön dass es so ein bisschen ein Bücher-Special diesmal ist und ähm ja ich finde auch das ähm ja Magazin an sich sehr hochwertig sehr schön ist ein bisschen teuer ich glaube es hat jetzt 13 Euro gekostet äh so im Vergleich zur normalen Flow ich fand aber es war jeden Euro wirklich wert und man kann es auch sagen ja da kriegt ein ganzes Taschenbuch auch ich habe die ganze Woche darin gelesen also ich habe nichts umgeblättert ich fand jeden Artikel spannend interessant und es ist für mich im Grunde auch wie ein Buch also deswegen ist für mich der Preis absolut in Ordnung und gerechtfertigt und es hat einfach Spaß gemacht es zu lesen ja dann äh was erwartet euch in der kommenden Woche zum einen habe ich am Dienstag mein zweites Steffi Talks with Authors beim letzten Mal war ja die liebe Laura Newman dabei ich packe euch das Video nochmal in die Infobox lasst euch nicht abschrecken von drei Stunden Sendezeit dieses Mal habe ich ja das große Vergnügen dass die liebe Annika Bühnemann dabei ist deren ja Vlog Kanal und auch vom Schreiben Leben Kanal ich schon lange lange verfolge ich auch auf Instagram und Facebook folge ich sie dieses Jahr zweimal getroffen habe einmal in Leipzig und in Frankfurt und es immer wieder inspirierend motivierend und einfach tolle Gespräche sind und ich da wirklich immer Denkanstöße mitnehmen ich finde es toll wie viele Projekte sie hat was sie neben dem Schreiben alles tut und davon wird sie auf jeden Fall auch am Dienstag berichten wir werden wieder so auf 19.30 Uhr auf meinem Kanal unterwegs sein die Veranstaltung wird dann auf jeden Fall auch zu sehen sein die werde ich dann noch erstellen und ich freue mich wirklich sehr hoffe wir haben gemeinsam wieder so einen schönen Abend wie vor zwei Wochen mit der lieben Laura und ja es wird in diesem Jahr auf jeden Fall noch ein Video danach Annika geben dann vermute ich dann auch im Zwei-Wochen-Rhythmus und dann sind wir ja aber schon so knapp vor Weihnachten da müssen wir mal gucken was wir da machen ja aber es wird auf jeden Fall in diesem Jahr dann jetzt noch diese zwei geben Annika und ja großes Fragezeichen für euch das möchte ich noch nicht verraten und fürs neue Jahr habe ich auch schon drei wunderbare Autorinnen und Autoren angefragt und habe da auch schon die OKs bekommen und ich freue mich sehr also ich bin sehr begeistert wie das bei euch angekommen ist aber natürlich auch wie es die Autoren die ich Anfrage aufnehmen die ich natürlich jetzt immer das erste Video sozusagen mitschicken kann und schon immer sage nein wir müssen keine drei Stunden reden und das merkwürdige ist dass eigentlich keiner zurückschreckt sondern eigentlich immer positiv zurückkommt hey das ist ja cool wie tief man sich da einfach mal über die Themen unterhalten kann und was für Fragen gekommen sind und ja also von daher bin ich sehr gespannt sehr neugierig wenn dann eben auch Autoren und Autorinnen dabei sind die man vielleicht noch nicht live getroffen hat und dann einfach auch nochmal ganz andere Dinge vielleicht fragt weil man es einfach nur nicht weiß was ich jetzt bei Laura oder Annika wo der Kontakt natürlich tiefer ist wo ich denke manches nehme ich natürlich auch als selbstverständlich was bei denen da natürlich nicht ganz der Fall sein wird aber seid einfach gespannt bleibt dabei und ich hoffe ihr habt am Dienstag dann auch so einen schönen Abend wie ich zusammen mit Annika der Esel nennt sich ja immer zuerst also Annika und ich und ja dann wird es denke ich am Donnerstag die Neuzugänge des Monat November geben was ja tatsächlich auch wieder so ein bisschen ausgeartet ist allein dadurch dass eine MediMops Bestellung dabei war ja also ich werde schon wieder angehimmelt ich kann kein Video drehen ohne dass sie mich anhimmelt und mitguckt und ja jetzt ist sie wieder aufgewacht vorhin saß sie ein bisschen weiter hinten da hat sie nur so sporadisch hergeguckt jetzt kommt sie wieder unkuschelt ja die denkt sich die alte und ihre Kamera ne das ist äh würde gerne wissen was meine Katzen so denken wenn ich mit der Kamera spreche und nicht mit ihnen aber es ist beides gleichermaßen verrückt oder? nein ich glaube nicht ja auf jeden Fall wird es dann auf jeden Fall denke ich die Neuzugänge am Donnerstag geben und ja was soll ich sagen es ist einfach wie es ist und es gibt eine tolle Aktion die Alicia von All About Alice ins Leben gerufen hat und zwar ein Booktuber Adventskalender und der startet natürlich dann auch am Donnerstag das ist ja der 1. Dezember ja richtig der 1. Dezember und ja allerlei Booktuber sind da dabei ich packe euch mal alle Infos und auch das Ankündigungsvideo von Alicia unten in die Infobox und guckt da einfach mal rein auch ich bin dabei mit einem ganz besonderen Thema einem kleinen Gewinnspiel ja guckt einfach es wird dann auf meinem Kanal natürlich sein also guckt da auf jeden Fall aufmerksam zu dass ihr das dann auch seht ich kann so viel sagen ich bin ziemlich zu Beginn sozusagen dabei und freue mich sehr dass ich Teil der Aktion sein kann und ja freue mich auf jeden Fall auf die Videos die da kommen und uns die Vorweihnachtszeit noch ein bisschen verschönern und ja jeden Tag so ein, zwei Türchen sozusagen öffnen denn in der Regel glaube ich sind es jetzt immer zwei Booktuber an einem Tag die da etwas zeigen und ich freue mich wirklich sehr dass ich da dabei bin und hoffe dass wir da alle gemeinsam ganz ganz viel Spaß haben und dann ist nächsten Samstag das mittlerweile glaube ich sechste bayerische Booktuber Treffen in Regensburg wir werden uns um 10 Uhr wieder am Bahnhof treffen ja du bist natürlich auch dabei nein ist sie nicht aber das erzählen wir ihr nicht und ja wenn ihr in der Nähe von Regensburg wohnt oder Lust habt verrückte Booktuber, Blogger und Bücherfreunde zu treffen ja dann habt ihr nächsten Samstag die Gelegenheit da mit dabei zu sein ich freue mich sehr geplant ist auf jeden Fall dass ich dabei bin ja das war das letzte Mal in Nürnberg auch da bin ich dann Donnerstag krank geworden da steckt man natürlich nicht drin aber ja bis jetzt geht es mir gut toll 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 und ich möchte auf jeden Fall dabei sein habe jetzt auch schon die Bahnverbindungen rausgesucht und freue mich wirklich sehr auf Regensburg zur Weihnachtszeit und letztes Jahr waren wir glaube ich im Dezember in Nürnberg was ich auch sehr schön fand und ich freue mich da jetzt auch auf Regensburg das zur Weihnachtszeit zu erleben ist schon einige Jahre her dass ich da zur Weihnachtszeit war es bestimmt schon 10 und ja freue mich auch auf die Menschen die ich dann treffen werde und dass wir wieder ganz viel Spaß haben werden und hoffentlich das Wetter auch so sagen wir mal wie heute dass es einfach trocken ist es kann ja gern knackig kalt sein aber trocken dass man nicht so von Geschäft zu Geschäft huschen muss sondern sich wirklich ein bisschen entspannt dann einfach so durch die wunderbaren Adventsstimmungsstraßen gehen kann hat das Ding gemacht ich glaube nicht du machst mich ganz nervös Mäuschen hier ja ich komme mir so beobachtet vor ja in diesem Sinne wer also nächsten Samstag noch nichts vor hat der ist auf jeden Fall immer gerne eingeladen da einfach dabei zu sein deswegen wird es wahrscheinlich die Bücherwoche vielleicht doch Samstag geben und mal gucken ob ich sie vielleicht schon Freitag schaffe oder dann eben erst am Sonntag und euch ein paar Eindrücke mitbringe ich muss mal gucken wie ich es zeitlich hinbekomme ich habe ja dann den Montag den fünften zum Glück frei ja und habe dann eben ein langes Wochenende von daher mal schauen wie ich es so mache aber ihr werdet auf jeden Fall sehen wenn ihr mich natürlich abonniert habt wann dann die Bücherwoche kommt aber rechnet einfach mal mit dem Wochenende ja und ich glaube jetzt habe ich nichts mehr auf dem Zettel ich habe nichts mehr zu erzählen doch ich habe noch was zu erzählen nämlich das Weihnachtsbuch mit dem ich heute beginnen werde und vielleicht sogar durchlesen werde und zwar ist es das neue Buch der lieben Michelle Schrenk und zwar Weihnachts jetzt habe ich mir das so klein aufgeschrieben dass ich nicht mehr weiß Weihnachtswunder ja ich muss es glaube ich mal kurz nachgucken auf jeden Fall ist das das neue Weihnachtsbuch oder überhaupt das neue Buch was auch zeitgleich das Weihnachtsbuch ist von der lieben Michelle Schrenk worauf ich mich sehr sehr gefreut habe als sie schon berichtet hat sie hat da was in Planung und ich es dann auch von ihr diese Woche erhalten habe ich habe mich wirklich mega gefreut darüber und dachte mir das ist das Buch was du direkt als erstes verschlingen wirst und zwar Weihnachtswünsche das bedeutet das W nicht Wunder Weihnachtswünsche und andere Katastrophen ja mein Schatz und das gibt es aktuell bei Amazon für 99 Cent also jeder der irgendwie was Weihnachtliches sucht sich in Weihnachts-Advent-Stimmung bringen möchte der sollte da auf jeden Fall mal zugreifen und vorbeischauen weil es gibt kein Buch von Michelle das mich in irgendeiner Art und Weise enttäuscht hätte gelangweilt hätte, genervt hätte ich war immer begeistert von ihren Büchern und ich finde sie schafft es einfach Gefühle, Emotionen wunderbar rüber zu bringen ohne dass es kitschig wird ohne dass es too much wird sondern es hat genau die Portion die ich brauche und mich wohlfühle und ich freue mich sehr auf dieses Weihnachtsbuch und werde da natürlich in der anderen Bücherwoche in der nächsten Bücherwoche darüber verrichten und wünsche euch da natürlich wenn ihr es euch zulegt auch viel viel Spaß beim Lesen und beim Genießen und ja wünsche euch heute jetzt wenn das Video online geht wahrscheinlich schon ein bisschen später am Tage wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen ersten Advent eine schöne erste Adventswoche und ja lasst es euch auf jeden Fall gut gehen genießt die Zeit ein bisschen besinnlich ein bisschen Ruhe ein bisschen schnurren ein bisschen kuscheln ja genau und ja lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und mit Plätzchen und Stollen und Dominosteinen die ich liebe und gefüllten Herzen die ich auch gerne esse und vergessen wir nicht die Spekulatius und ja das hört jetzt nicht mehr auf und ja das machen wir auf jeden Fall denke ich alle und in diesem Sinne wünsche ich euch nur noch einen schönen Tag einen schönen Abend einen schönen ersten Advent und bis zum nächsten Video macht's gut Tschüss, eure Steffi Musik 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 Bis zum nächsten Mal.